Hallo Freunde und einen wunderschönen guten Tag. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Game der Knicks gegen Die Heat. Knicks hat er schon zweimal gesehen in New York jetzt letzte Woche. Jetzt hier in Miami. Der Bus fährt in 10 Minuten. Und dann geht es los. Ich bin hyped. Ich bin richtig, richtig hyped. Zweites von drei Spielen hier in Miami. Bestes Wetter heute gewesen. Der Trip bisher absoluter Wahnsinn. Ziemlich, ziemlich cool gewesen. Jetzt das Spiel. Let's go! So Freunde, ich bin jetzt in der Arena. Ich habe jetzt gegessen und hat alles wunderbar geklappt. Und jetzt schaue ich mir wieder die Warm-Ups an. Ich freue mich. 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 Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Spannend bis zur letzten Sekunde, inklusive fast Buzzerbeater, Gamewinner, Jules Wendel, ich blende euch das Ding gleich im Originalton noch ein. Am Ende von diesem Vlog ein ganz, ganz seltenes Double Bang von Mike Breen. Mann, 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 wildes Spiel. Also jetzt das vierte Spiel dieser Reise. Die ersten drei waren relativ langweilig und nicht knapp. Das heute hat alles wieder gut gemacht. Eines der besten Games, das ich je live gesehen habe. 10 von 10, 10 von 10. So, ich mach Schluss für heute. Danke fürs Anstellen dieses Vlogs. Und ja, haut rein, ciao. Schauber, he's got the last four points. Miami has the lead. 15 seconds left in the game. Brunson, looking to Randle, shot clock, game clock down the 7. Butler knocked it away! Randle gets it back. 3 seconds left, put it up for three and made it! Mit 7 Tenths of a second.